Ein wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, RohstoffTV 2014 im neuen Jahr. Alles Gute auch noch zum neuen Jahr von unserer Seite. Und wir legen gleich los mit einer Unternehmenspräsentation. Sungold wollen wir Ihnen heute vorstellen. Sungolds Rice Lake Bergbau-Komplex liegt ca. 250 km nordöstlich von Winnipeg in Manitoba, neben der Stadt Bisset. Das Straßennetz und Bisset besteht aus geteerten Landstraßen, wobei nur die letzten 50 km eine ganzjährig befahrbare Schotterstraße ist. Die Rice Lake Mine produziert seit 1931 und hat bisher insgesamt 1,5 Millionen Unzen Gold hervorgebracht. Momentan wird das Erz aus zwei aktiven Untertageminentrends abgebaut. Die Rice Lake Mine liegt entlang des ersten Trends, innerhalb des Rice Lake Goldgürtels, die in die kommerzielle Produktion gebracht wurde. Der zweite Abbautrend ist bekannt als die Shoreline Basalt-Abbau-Einheit und wurde Ende 2010 als Teil von Sungolds intensiven Explorationsprogramm bestimmt und ausgewiesen. Sungold ist ein wachsender kanadischer Goldproduzent und produzierte 86.500 Unzen Gold im Jahr 2012. Für 2013 sollte ungefähr die gleiche Anzahl möglich sein. Die große Ressourcenbasis steht bei 3,5 Millionen Unzen Gold. Ein Hauptunternehmensziel des Jahres 2013 ist das Erreichen eines freien Cashflows. Das Unternehmen wird in Kürze darüber berichten hoffentlich. Lassen Sie mich nur kurz auf einige Höhepunkte des dritten Quartals 2013 eingehen. Sankgold produzierte 20.220 Unzen Gold während dieses Quartals. Der durchschnittliche Mühlendurchsatz lag bei 1.609 Tonnen pro Tag. Die Quartalsrate für das abgebaute Erz lag bei ca. 1.825 Tonnen pro Tag, was insgesamt 167.937 Tonnen ergab. Wichtig waren auch die erreichten Kostenreduktionen, speziell in diesem Goldpreisumfeld. So konnte man die Gesamtquartalsinvestitionen auf 8,3 Millionen Dollar reduzieren und erreichte Gesamtbetriebskosten von 938 Dollar pro Unze verkauftem Gold. Es konnte eine operative Cashmarsche von 435 Dollar pro Unze erzielt werden mit einem Durchschnittsverkaufspreis von 1.373 Dollar pro Unze im Quartal. Der generierte positive Cashflow dieses Quartals aus dem Betrieb vor Änderungen der nicht-barmittelwirksamen Änderungen im Arbeitskapital lag bei 2,2 Millionen Dollar. Die Quartalserlöse lagen bei 28,7 Millionen Dollar und die Goldverkäufe bei insgesamt 20.873 Unzen. Der Quartalsbetriebsverlust lag bei 0,6 Millionen Dollar und der Gesamtquartalsverlust lag bei 6,4 Millionen Dollar. Das Unternehmen hatte an Barmitteln und kurzfristigen Anlagemitteln immer noch 20,3 Millionen Dollar per 30. September 2013 in der Kasse. Zusätzlich bohrte Sandgold ca. 45.000 Meter Explorations- und Bestimmungsbohrungen ab. Lassen Sie uns nun über den Betrieb an sich sprechen. Sandgold betreibt ein Abbaukomplex, der aus drei Minen besteht, die sich 007, nicht zu verwechseln mit dem britischen Geheimagenten, Hinch und Rice Lake nennen. Und innerhalb dieses Komplexes liegen. Die Jahresproduktionsrate stieg seit 2007 kontinuierlich um 50% pro Jahr an. Weiter positiv zu erwähnen ist die hervorragende Infrastruktur, die eine große betriebliche Flexibilität zwischen den Minen zulässt. Die Produktion läuft nun stabil. In 2012 produzierte man, wie schon erwähnt, 86.500 Unzen und für 2013 erwartet das Unternehmen einen Produktionsbereich von 75.000 bis 85.000 Unzen. Die Minenproduktion liegt zwischen 1.500 und 2.000 Tonnen Erz pro Tag. Die gleichmäßigen Betriebskosten, die weiter sinken sollen, helfen dem Unternehmen, in diesem tieferen Goldpreisniveau zu überleben und trotzdem weiter Exploration zu betreiben. Schauen wir uns kurz die Kosten an der vergangenen Jahre. In 2011 lagen diese bei 848 Dollar pro Unze und in 2012 bei 855 Dollar pro Unze Gold. Die Mühlenkapazität kann bis auf 2.500 Tonnen pro Tag steigen, was die Kosten weiter reduzieren dürfte. Sun Gold hatte großes Glück, dass man im Juli 2010 eine 80 Millionen Dollar große Finanzierung durchführen konnte, um die extensiven Infrastrukturanforderungen ab der Oberfläche bis zum Erreichen von 007 und Hinch durchzuführen. Im Februar 2013 unternahm man eine weitere Finanzierung von 50 Millionen Dollar, in die unter anderem auch Eric Sprott einstieg, um die anstehende Abbaubetriebsanforderungen zu meistern und den A-Schacht in die bestehende Infrastruktur zu integrieren, um somit die Bewegungskosten für das Abgebau der Erz weiter deutlich zu reduzieren. Es sieht ganz danach aus, dass das Unternehmen nun damit beginnt, die Früchte ihrer gemachten Anstrengungen einzufahren und die Produktionskosten immer weiter fallen. Wie sieht nun der Aktionsplan des Managements aus? Wichtigstes Ziel ist das Erreichen des freien Cashflows und eine gleichzeitige Verbesserung der Abbaugrade auf deutlich über 5 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Die Betriebskosten sollen unter die 800-Dollar-Marke gedrückt werden und die Kapitalausgaben werden um 20% gesenkt. Zusätzlich reduziert man die Ausgaben für die Ausrüstung, Gelände und Exploration um 50%. Auch wird die Untertage-Exploration um 50% zurückgefahren. In 2013 plant man 16 Millionen Dollar für die Oberflächenexploration auszugeben. Weitere bedeutende Kürzungen sollen in den nächsten Jahren folgen. Auch reduziert man die Betriebs- und Verwaltungskosten um 2,5 Millionen Dollar sowie die Kosten für die Optionsabkommen. Auf der Explorationsseite ist Sandgold trotzdem sehr stark aufgestellt. Wie gesagt, das Unternehmen hat 3,5 Millionen Unzen Gold als Gesamtressource, wobei 655.000 Unzen in der gemessenen und angezeigten Kategorie liegen. Dies ist eine starke Basis für die kurzfristige Planung und repräsentiert ganz locker 18 bis 24 Monate der Abbauplanung. Hinzu kommen 2,9 Millionen Unzen in der geschlussfolgerten Kategorie mit etlichen hochqualitativen zugänglichen Unzen aus der bereits vorhandenen Infrastruktur. Dies zeigt das ausgezeichnete langfristige Produktionspotenzial und gibt dem Unternehmen tolle Aussichten in Verbindung mit hoffentlich wieder steigenden Goldpreisen. Die aktualisierten Bohrergebnisse aus dem Untertrageprogramm des Niveaus 26 auf der Rice Lake Mine untermauern die sehr guten Explorationsaussichten und auch die schon vorhandenen Erfolge. Die Bohrergebnisse auf der östlichen Ausdehnung der Zone 710 zeigen weiter kontinuierlich hochgradige Goldwerte mit bedeutenden Mächtigkeiten. Diese neue entdeckte 710 HW-Zone liegt in der Hangmauer der Zone 710 und wird als die nach unten abfallende Ausdehnung der Zone 007 gedeutet. Die 710 HW-Zone liegt innerhalb 100 Meter nur im neuen Niveau 26 und des Vortriebes und ist somit sehr leicht erreichbar. Letzte Bohrergebnisse waren zum Beispiel das Bohrloch 614 13023 und ergab 23,8 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Über eine Mächtigkeit von 13,9 Metern oder auch das Bohrloch 614 1324 ergab 8 Gramm Gold pro Tonne Gestein über fast 27 Meter Mächtigkeit. Sun Gold hält zusätzlich das Tally Vorkommen in Timmins North. Dies ist ein 50-50 Joint Venture mit SGX Resources, welches eine Abspaltung von Sun Gold ist. Das Tally Vorkommen zeigt ja schon sehr viele gute Explorationsergebnisse, wie zum Beispiel 14,1 Meter mit über 20 Gramm Gold pro Tonne oder 6,3 Meter mit sagenhaften 36,7 Gramm Gold pro Tonne Gestein. Zum Schluss noch ein paar Unternehmensfakten. Sun Gold hat Aktien ausstehend. Die langfristigen Schulden liegen bei 50 Millionen Dollar und Sun Gold hatte per 30. September 2013 Barmittel von 20 Millionen Dollar. Das Management ist sehr erfahren und mit Kanada arbeitet man in einer der besten Bergbauregionen der Welt und auch einer der besten Jurisdiktionen der Welt, was natürlich sehr viel Sicherheit gibt. Das Unternehmen sollte von einem wieder steigenden Goldpreis extrem stark profitieren können. Da man die Kostensituation recht gut im Griff hat, kann Sun Gold auch bei diesen tiefen Goldpreisen überleben. und trotzdem den weiter eingeschlagenen Weg verfolgen. Die Kostenreduktionen tragen erste Früchte und sollten das Unternehmen bald zurück in die wirklich deutliche Profitabilität führen. Die bisherigen guten Explorationsergebnisse lassen Raum für weiter positive Überraschungen. Sun Gold ist, auch wenn, ein spekulativer Ansatz, um von einem wieder steigenden Goldpreis überproportional zu profitieren. Wie immer gilt, machen Sie Ihre eigene Due Diligence, informieren Sie sich, kümmern Sie sich um Ihr Geld. In diesem Sinne, vielen Dank und auf Wiedersehen aus München.